Wir kommen in Besuch. Er ist 19. Er wohnt in Schwammendingen. Er ist kosovarisch-schweizerischer Doppelbürger. Und er ist ein grosser Star auf Facebook und auf YouTube. Und zwar, weil er so tolle Filme macht wie z.B. Dada Dada. Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern, wenn man Ende Monat kein Geld mehr hat. Bei den Schweizer! Du Papi, ich habe ein kleines Problem. Erzähl, Yannick, was ist los? Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Er schiesst mich die Erbe an. Ja, nein, aber es kann nicht sein, oder? Es kann definitiv nicht sein. Wo hast du das Geld rausgehört? Ich habe doch auch keinen Plan. Zu viel im Ausgang gewesen, schaue auf den Konto, Saldo zu klein. Konto leer. Es schiesst mich einfach an. Ja, und was willst du jetzt von mir? Ja, ich habe gedacht, dass du mir 50 Franken geben kannst. Ich muss auch überleben. Also, hör mir jetzt gut zu, Yannick. Das ist ein 50er. Hör mir jetzt aber gut zu. Ich will die wieder haben, wenn du keinen Lohn bekommst. Ich will die wieder haben. Wenn du keinen Lohn bekommst. Ich will die zurück haben. Du hast die 50er. Bitte schön. Passt an. Ja, Papi, ja. Bin ich sicher? Ja, 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 ja. Ich mache es. Kein Problem. Lass dich an. Ich gebe es zurück. Wirklich. Und? Ich bin der Ausländer. Baba, hast du ein wenig Geld für mich? Kein Geld, oder? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ich weiß, wo du hast gelassen Geld. Freitag, Samstag. 24 Stunden Null in der Diskothek. Zweitens. X6. Dieser Schiss-Truck. Links, rechts, links, rechts. Am liebsten wirst du in den WC gehen. Non-stop mit X6. Benzin ist nicht gratis. Lass nicht mit Wasser. Du musst zahlen, Benzin, mein Sohn. Und drittens. Im Club. Zahlen Getränke an Frauen. Du meinst, du bist Boss hier. Weisst du, was du bist? Du bist ein Mut. Du bist gar nichts. Du Sauhund. Verpiss dich. Ja, Baba. Sorry. Kommt wirklich nicht mehr vor. Bitte, bitte, bitte. Lass mich in Ruhe. Weil ich will dich wirklich nicht mehr sehen. Du machst mir Kopfschmerzen. 100 Franken. Verpiss dich. Und da ist er. Der Pendry Paira. Willkommen. Hallo. Bendrit, hallo. Bendrit, schön, dass du zu uns kommst. Freut mich. Weisst du, dass jetzt eigentlich genau deine Videos handeln sehr viel von Vater, Sohn. Also Vater, Sohn, Schweizer und Vater, Sohn, Kosova. Oder? Du bist Doppelbürger. Genau. Dein Vater ist Kosova und deine Mutter ist Schweizerin. Nein, nein, nein. Beide sind eigentlich Albaner. Aber ich bin halt in zwei Kulturen aufgewachsen. In der Schweiz. Und halt in meinem Heimatland Kosovo. Und wegen dem habe ich gedacht, machen wir solche Videos. Genau. Dann kennst du also zu Hause. Wieso kennst du denn die Schweizer so gut? Ich habe auch Schweizer als Kollegen. Ja, aber jetzt als Ältere meine ich, oder? Gibt es einen Vater von einem Schulkollegen, der das Vorbild ist? Genau. Ich höre auch recht oft Sachen, wie es bei den Schweizer abgeht. Und dann denke ich so, okay, machen wir solche Videos. Und wegen dem vielleicht nicht zu viel angesprochen. Du hast auch den Tonfall sehr gut drauf von so einem Schweizer Vater. Ja, natürlich. Ja. Ganz freundlich. Ja, ja. Und wenn du mal Kinder bekommst, was wirst denn du für ein Vater sein? Eher der Kosovarisch oder der Schweizer? Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ich bin ja eh in zweiter Kultur aufgewachsen. Ja. Muss glaube ich eine Mischung werden. Also ein Vater, der freundlich mit dem Gurt zuschlägt. In Texas. Gut, du hast ja einen freundlichen Vater. Du hast schon ein paar Mal von deinem Vater erzählt. Also das mit dem Schlagen, das findet gar nicht statt bei dir? Nein, nein, nein. Das sind nur Klischees, die ich aufgreife eigentlich. Ja. Was die Leute denken, aber sicher nicht. Nein, nein. Gut, also bleiben wir schnell bei den Klischees, oder? Wieso haben eigentlich die Kosovaren so einen Hang zu tollen Autos? Ich weiss nicht, dass ich auch so ehrlich bin. Eben, du gehörst ja zu denen, oder? Ja. Du hast ja auch einen Film gemacht über die Autofahrschule. Den können wir vielleicht auch schnell anschauen. Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern, wenn man Autofahren lernt. Bei den Schweizer... Yannick, das ist heute deine erste Privatstunde. Und ich möchte dir einfach ein eigenes Herz legen. Wird man bitte einfach nicht wie die M3 M5 von diesem Sexfahrer. Mit ihren Ausbauanlagen, die so laut dort an einem Flugzeug landen. Mich kackt an. Am Sonntagmorgen haut es mich fast aus dem Nest raus. Wirklich? Fast aus dem Nest? Nein, Papi, das mache ich sicher nicht. Unser Subaru klingt dann mal so laut. Ja, das ist auch gut so. Es ist auch kein BMW. Es ist ein stinknormaler Subaru. Und wenn es nach 50, dann will ich, dass ich daran halte und nicht mit 80 um ihn anfräse. Weil, weisst du, es ist gefährlich. Ja, aber weisst Papi. Mein Kollege, der Bledi, der hat auch einen BMW. Und all meine anderen Kollegen haben auch einen BMW oder einen Audi oder einen Mercedes. Und ich bin der Einzige, der einen Subaru fährt. Mein schiesst wirklich an. Ja, und dann! Und dann, Joli! Quass! Willst du auch so heißen werden? Wir sind hier in der Schweiz. Wir halten uns an die Regeln. Passt da! Ja, ist okay! Hoffe ich auch! Weil, mir kommt wirklich zum Hotzen. Da kommt es mir. Da rauf! Und bei den Ausländern? Mach Anschaltung. Okay. Erste Gang. Losfahren! Langsam, langsam, langsam! Okay, okay, okay. Bist du bled? Wieso? 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 Langsam! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Du Arschlo! Das sind wirklich tolle Studien, die du hier machst, in deinem Milieu. Du selbst hast gerne ein Auto. Du hast ja ein tolles Auto. Das hast du, glaube ich, vom Vater bekommen. Ja. Stimmt das? BMW G6. Den, den wir hier sehen. Das ist ... Ja, genau. Das ist das Foto, das übrigens auch er gemacht hat. Deine Liebe zum Auto. Aber warum denkst du, die Kosovare haben lieber solche Autos? So etwas aufgetatscht? Wieso spielt das so eine Rolle? Ja. Vor dem Ausgang oder so, mal ein bisschen zeigen. Ich habe ein krasses Auto, mal ein bisschen Gas geben oder so. Und die Schweizer haben dann Subarus? Subaru, VW ... Ja. Du kennst dich ja da aus. Was machst du für eine Lehre? Im Telefonverkauf. Ich bin auch bei einer grossen Autofirma. Ja. Und im Büro. Also, du willst mal Auto verkaufen? Genau, gerne. Und jetzt mit deinem Erfolg, den du jetzt hast, vielleicht gibt es eine Berufsänderung, oder? Ja. Kann gut möglich sein. Kann das sein? Ja, können wir vorstellen. Du bist schon gestern mit jemandem ziemlich Bekanntem auftreten, oder? Genau. Am Bushido. Wie ist es gelaufen? Gut, gut, tiptop. Ich bin wirklich froh. Kannst du Legereig haben? Nein! Nein, es war wirklich cool. Mein erster Auftritt eigentlich überhaupt vor dem Publikum. Ich habe mich richtig gefreut. Du hast ja eigentlich ein paar schweizerische Eigenschaften. Du bist sehr genauer. Du sagst von dir selber, du fährst nicht zu schnell. Du fährst nicht mehr als die Höchstgeschwindigkeit. Du trinkst keinen Alkohol. Du sagst von dir selber, du sagst eigentlich einen gut integrierten Shippie. Ja, ist doch so. Ja, klar. Wenn du siehst, dass es Schweizer gibt, die ausländerfindlich sind, kommst du mit ihnen in Kontakt und hast du von ihnen auch Feedback? Nein. Das sieht blöd aus, so ein Schweizer Ausländerspiel. Machst du gute Erfahrungen mit uns Schweizer? Immer. Wie euch zumal. Ja, super. Also gut, du leistest ja auch mal etwas. Die Schweizer haben ja gerne etwas gemacht. Oder wir können noch mal etwas ganz kleines von dir anschauen. Das ist ja ein kleines Filmchen, der mir sehr gut gefällt. Wieso fühlen wir uns eigentlich unter der Decke so sicher? Ich meine, ist ja nicht so, dass ein Mörder kommt und sagt, ich werde dich umbr... Oh Mann, er ist wieder unter der Decke. Ja, er ist toll. Du bist ja manchmal aber auch einer, der noch etwas politisch denkt. Also wir haben von dir einmal zwei Bilder gesehen, die du einen berühmten Schweizer Politiker drin verwenden hast. Das möchte man vielleicht auch schnell anschauen. Das hast du gehostet gehabt. Das muss man vielleicht zuerst natürlich wirken lassen. Ja. Interessierst du dich für Politik in der Schweiz? Ehrlich gesagt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe das Bild gesehen, das hat einer gepostet. Da dachte ich, hey, ich habe einen Schweizer Pass. Er kann mich gerade ausschaffen. Da dachte ich, ich mache ein Bild daraus. Ja, super. Wie viele Kontakte hast du noch in Kosovo? Sehr viele. Also Verwandte vor allem. Und ich meine, ihr wisst ja, Ausländer haben immer viele Verwandte. Ich kenne die Hälfte nicht einmal. Aha. Du reisest einmal wieder ab und denkst, wow, schon wieder neue Verwandte. Ja, plötzlich heisst ich, ich bin dein Onkel. Dann sage ich, aha, gut. Nach 19 Jahren erfahre ich sie jetzt. Also je mehr Erfolg hast, desto mehr Onkel hast du wahrscheinlich. Ja, das kann eben auch sein. Wäre etwas vorsichtig da. Ja, schon, ja. Aber Politik in Kosovo auch nicht? Das interessiert dich nicht so? Nicht so. Ich bin Komiker eigentlich. Ja, gut. Die Sachen, die du ja zeigst hier in deinen Videos, sind ja auch politisch. Auch wenn es nicht direkt ist, aber es hat einen politischen Ansatz. In Komödie eigentlich umgewandelt. Ja, genau. Jetzt, weisst du was? Pendrit, wenn du schon bei uns bist, haben wir einen kleinen Wunsch an dich. Wir würden wahnsinnig gerne mit dir ein Video machen. Natürlich. Aber du filmst mit deinem Handy. Hast du es da? Ich und kein Handy da habe. Ah, eben gut. Okay. Gut. Also, ich würde sagen, wir machen, also du bist der Bendrit, dann bin ich den Schweizer Vater. Ja. Du hast den Bendrit und den Yannick, oder? Ja, und du bist der kosovarische Vater. Ich bin der kosovarische Vater. Gut. Ja. Er tut das Filmen. Sitzt du in die Mitte. Du musst in die Mitte kommen. Du musst in die Mitte kommen. Also, der Bendrit tut das Filmen und wir stellen es nachher auf Facebook bei uns und bei dir natürlich. Alles klar. Also, dann fange ich mal an. Mach ich mal die Vorstellung sonst? Ja. Ja. Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern, wenn man bei Jacobo Müller eingeladen ist. Ja. Bei den Schweizer ... Yannick, also ehrlich, du musst jetzt doch einfach sagen, warum bist du jetzt bei diesen zwei dummen Siechen nicht zu Ende gegangen? Ehrlich, Yannick, das kann ich jetzt einfach nicht verstehen. Kannst du mit dem leben und hast du nicht das Gefühl, du brauchst nachher Therapien, weisst du, um das wieder zu loswerden? Ja, was, du kannst nicht verstehen, was soll der Scheiss? Ja, aber weisst du, das ist doch jetzt, du gehst dorthin, das sind zwei dumme Siechen, die nur im Fernsehen sind. Du machst es viel eleganter. Du machst ja all diese Sachen einfach mit dem Handy. Yannick! Ganz ehrlich, Papi, du hast einfach keine Ahnung. Ich gehe zu denen und passe da. Seema ist beendet. Okay. Du darfst machen, was du willst. Ja. Ja. Und? Bei den Ausländern? Bendrit, warum gehst du in Schweizer Fernsehen zu diesen beiden Ohlköpfen, die zeigen Videos, die sich lustig machen über den albanischen Vater? Du Hureschkogeljunger! Bist du in die Hand? Krieg ich Köpfe, wenn du solche Sachen machst! Okay. Das war der Bendrit. Schönen Dank für den Besuch. Bleib noch ein bisschen sitzen. Vom Vater rüberkommen? Ja. Stimmt das? BMW G6. Den, den wir hier sehen. Das ist dein Foto, das übrigens auch er gemacht hat. Deine Liebe zum Auto. Also, äh, äh, wie, aber warum denkst du, äh, haben die Kosovare lieber solche Autos? So ein bisschen aufgetatscht? So ein bisschen... Wieso spielt das so eine Rolle? Ja, erst vor dem Ausgang oder so, mal ein bisschen, äh, zeigen, so. Ja, ich habe ein krasses Auto, mal ein bisschen Gas geben oder so. Ja. Und die Schweizer haben dann Subarus? Subaru, VW... Ja. Ja. Du kennst dich ja da aus, du... Was machst du für eine Lehre? Äh, äh... Im Telefonverkauf. Ich bin auch bei einer grossen Autofirma. Ja. Und, äh, im Büro. Also, du willst mal Auto verkaufen? Genau, gerne, ja. Wobei, jetzt mit deinem Erfolg, den du jetzt hast, äh, vielleicht gibt es eine Berufsänderung, oder? Ja, kann gut möglich sein. Kann das sein? Ja, können wir vorstellen. Du bist schon gestern so mit jemandem ziemlich Bekanntem auftreten, oder? Genau. Am Bushido. Wie ist es gelaufen? Gut, gut, tip top. Ich bin wirklich froh. Kein Schlägerweg haben? Nein! Nein, es war wirklich cool. Also, mein erster Auftritt eigentlich jetzt überhaupt vor dem Publikum. Das hat mich richtig gefreut. Du bist ja eigentlich sehr... Du hast ein paar wirklich auch schweizerische Eigenschaften. Du bist sehr genauer. Du sagst von dir selber, du fährst nicht zu schnell, du fährst nicht mehr als die Höchstgeschwindigkeit. Du trinkst keinen Alkohol. Das ist eigentlich, äh... Ja, du sagst von dir selber, du sagst eigentlich einen gut integrierten Shippie. Ja, ist doch so. Ja, 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 klar, klar. Weisst du, wenn du jetzt noch ein bisschen siehst, dass es Schweizer gibt, die ein bisschen ausländerfindlich sind und so, kommst du mit denen in Kontakt und hast du von denen auch Feedback? Nein. Das sieht blöd aus, so ein Schweizer Ausländer spielt. Machst du gute Erfahrungen mit uns Schweizer? Wie immer. Wie euch zumal. Ja, super. Toll, 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 toll. Also gut. Du leistest ja auch etwas. Die Schweizer hat ja gerne etwas so gemacht. Oder man könnte nochmal etwas ganz Kriises von dir anschauen. Ist ja... Und da ist er, der Bendrit Beira. Willkommen. Hallo. Bendrit, hallo. Bendrit, schön, dass du zu uns kommst. Freut mich. Wie ist das jetzt eigentlich genau? Deine Videos, die handeln sehr viel von Vater, Sohn. Also Vater, Sohn, Schweizer und Vater, Sohn, Kosovo. Oder? Du bist Doppelbürger. Genau. Dein Vater ist Kosovo und deine Mutter ist Schweizerin, oder? Nein, nein, nein. Beide sind eigentlich Albaner, aber ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen. In der Schweiz. Und halt mein Heimatland Kosovo. Und wegen dem machen wir solche Videos. Genau. Ja, dann kennst du also zu Hause. Wieso kennst du die Schweizer so gut? Ich habe auch Schweizer als Kollegen. Ja, aber jetzt als Eltern meine ich, oder? Wenn ein Schweizer... Gibt es einen Vater von einem Schulkollegen, der das Vorbild ist? Genau. Ich höre auch recht oft die Sachen, wie es bei den Schweizer abgeht. Und dann denke ich so, okay, machen wir diese Sachen. Genau so Videos. Und wegen dem vielleicht nicht so viel angesprochen. Du hast auch den Tonfall sehr gut drauf von so einem Schweizer Vater. Ja, natürlich. Ja. Ganz freundlich. Ja, ja. Und wenn du mal ein Kind bekommst, was wirst denn du für ein Vater sein? Eher der Kosovarisch oder der Schweizer? Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ich bin ja eh in zweiter Kultur aufgewachsen. Ja. Muss, glaube ich, eine Mischung werden. Also, ein Vater, der freundlich mit dem Gurt zuschlägt. Du denkst es? Gut, du hast ja einen freundlichen Vater. Du hast schon ein paar Mal von deinem Vater erzählt. Also, das mit dem Schlagen, das finde gar nicht statt bei dir? Nein, nein, nein. Das sind nur Klischees, die ich aufgreife eigentlich. Ja. Was die Leute denken, aber sicher nicht. Nein, nein. Gut, also bleiben wir schnell bei den Klischees, oder? Wieso haben eigentlich die Kosovaren so einen Hang zu einem tollen Auto? Ich weiss nicht. Also, ich bin auch so, als ehrlich zu sein. Ja, weil du gehörst ja auch zu denen, oder? Ja. Du hast auch einen Film gemacht über ... So. Also, wir kommen Besuch rüber. Er ist 19. Er wohnt in Schwammendingen. Er ist kosovarisch-schweizerischer Doppelbürger. Und er ist ein grosser Star auf Facebook und auf YouTube. Und zwar, weil er so tolle Filme macht wie z.B. Dada Dada. Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern, wenn man Ende Monat kein Geld mehr hat. Bei den Schweizer! Du Papi, ich habe ein kleines Problem. Erzähl, Yannick, was ist los? Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Er schiesst mich die Erbe an. Ja, nein, aber es kann nicht sein, oder? Es kann definitiv nicht sein. Wo hast du das Geld rausgehört? Ich habe doch auch keinen Plan. Zu viel im Ausgang gewesen, schaue auf den Konto, Saldo zu klein. Konto leer. Es schiesst mich einfach an. Ja, und was willst du jetzt von mir? Ja, ich habe gedacht, dass du mir 50 Franken geben kannst. Ich muss auch überleben. Also, hör mir jetzt gut zu, Yannick. Da hast du ein 50er. Hör mir das aber gut zu. Ich will die wieder haben, wenn du einen Lohn bekommst. Ich will es wirklich wieder haben. Wenn du einen Lohn hast, ich will die zurückhaben. Da hast du ein 50er. Bitte schön, passt an. Ja, Papi, ja. Bin ich sicher? Ja, 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 ich mache es. Kein Problem. Man lasst an, ich gebe es zurück. Hucki. Und? Hahaha. Ich bin der Ausländer. Baba. Hast du ein bisschen Geld für mich? Kein Geld, ja? Ja, ich weiss auch nicht. Aber ich weiss, wo du Geld gelassen hast. Freitag, Samstag. 24 Stunden nur in der Diskothek. Zweitens, X6. Dieser verdammten Scheiss-Truck. Links, rechts, links, rechts. Am liebsten wirst du in den WC gehen. Nonstop mit X6. Benzin ist nicht gratis. Lass nicht mit Wasser. Du musst zahlen, Benzin, mein Sohn. Und drittens, im Club, hier, zahlen Getränke an die Frauen. Du meinst, du bist Boss hier. Weisst du, was du bist? Du bist ein Mut. Du bist gar nichts, du Sauhund. Verpiss dich. Ja, Baba, sorry. Kommt wirklich nicht mehr vor. Bitte, 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 lass mich in Ruhe. Weil ich will dich wirklich nicht mehr sehen. Du machst mir Kopfschmerzen. 100 Franken, verpiss dich. Die Autofahrschule, den können wir vielleicht auch schnell anschauen. Unterschied zwischen Schweizer und Ausländern, wenn man Autofahren lernt. Bei den Schweizer... Janik, das ist heute deine erste Privatstunde. Und ich möchte dir einfach eins ans Herz legen. Wird man bitte einfach nicht wie die M3, M5 oder M6 Fahrer. Mit ihren Ausbauffanlagen, die so laut dort an so einem Flugzeug landen. Mich kackt es an. Am Sonntagmorgen haut es mich fast aus dem Nest raus. Wirklich? Fast aus dem Nest? Nein, Papi, das mache ich sicher nicht. Unser Subaru klingt nicht mal so laut. Ja, das ist auch gut so. Es ist auch kein BMW. Es ist ein stinknormaler Subaru. Und wenn es knapp 50, dann will ich, dass ich daran halte und nicht mit 80 um ihn anfräse. Weil, weisst du, es ist gefährlich. Ja, aber weisst Papi, mein Kollege, der Bledi, der hat auch einen BMW. Und alle meine andere Kollegen fahren auch einen BMW oder einen Audi oder einen Mercedes. Und ich bin der Einzige, der einen Subaru fährt. Mich scheisse wirklich an. Ja, und dann! Und dann, Jörik, was? Willst du auch so heißen werden? Wir sind hier in der Schweiz. Wir halten uns an der Regeln. Passt an. Ja, ist okay. Hoffe ich auch. Weil, mir kommt wirklich zum Hotzen. Da kommt es mir. Da rauf. Und bei den Ausländern? Mach. Anschalten. Okay. Erster Gang. Losfahren. Erster Gang. Langsam, langsam, langsam! Okay, 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 okay. Bist du blöd? Wieso? 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 Langsam! Passt auf, passt auf! Passt auf das Affiliate! Du Arschloch! Das sind wirklich tolle Studien, die du hier machst, in deinem Milieu. Du selber hast gerne Autos, du hast ja ein tolles Autos. Du hast ein kleines Filmchen, das mir sehr gut gefällt. Wieso fühlen wir uns unter der Decke so sicher? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ein Mörder kommt und sagt, ich werde dich umbringen. Oh Mann, er ist wieder unter der Decke. Ja, das ist toll. Du bist ja manchmal aber auch einer, der ein bisschen politisch denkt. Also wir haben von dir einmal zwei Bilder gesehen, die du einen berühmten Schweizer Politiker drin verwenden hast. Das möchte man vielleicht auch schnell anschauen. Das hast du gepostet gehabt. Das muss man vielleicht zuerst ein bisschen wirken lassen. Ja. Interessierst du dich für Politik in der Schweiz? Ehrlich gesagt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe das Bild gesehen, das hat jemand gepostet. Da dachte ich, hey, ich habe den Schweizer Pass. Er kann mich mal nicht ausschaffen. Da dachte ich, ich mache ein Bild daraus. Ja, super. Wie viel Kontakt hast du noch in Kosovo? Sehr viel. Also Verwandte vor allem. Ich meine, ihr wisst ja, Ausländer haben immer viele Verwandte. Ich kenne die Hälfte nur einmal. Aha. Du reisest einmal wieder ab und denkst, wow, schon wieder neue Verwandte. Ja, plötzlich heisst ich, ich bin dein Onkel. Dann sage ich, aha, gut. Nach 19 Jahren erfahre ich sie jetzt. Je mehr Erfolg hast, desto mehr Unkel hast du wahrscheinlich. Ja, das kann eben auch sein. Ich wäre ein bisschen vorsichtig da. Ja, schon, ja. Aber die Politik in Kosovo auch nicht? Das interessiert dich nicht so? Nicht so. Ich bin Komiker eigentlich. Gut. Die Sachen, die du ja zeigst in deinen Videos, sind ja auch politisch. Auch wenn es nicht direkt ist, aber es hat einen politischen Namen. In Comedy eigentlich umgewandelt. Ja, genau. Weisst du was? Pendrit, wenn du schon bei uns bist, haben wir einen kleinen Wunsch an dich. Wir würden wahnsinnig gerne mit dir ein Video machen. Natürlich. Ja. Aber du filmst mich nicht.